Schärfen wir ihn schon wieder. Komm schon. Ja, verweck doch einfach. Fertig. Ich bin hier euer Ernst. Hier Gegner, alle Gegner ab durchziehen darf oder was? Komm schon. Jetzt aber. Komm schon, viele denn noch? Nicht mehr Ernst. Ja, ja klar. Komm, danke. So, endlich. Und was haben wir drin? Ein Heiligen Ring. Ah, interessant. Okay, was soll man das einsetzen? Egal. Gehen wir wieder raus. Das nächste müsste dann entweder Monstro oder Nimmerland sein. Weiter geht's. Also, wird Monstro einfach ausgelassen? Kann ich eigentlich kaum glauben. Also, Monstro oder Nimmerland? Das ist Nimmerland. Hm. Okay. Peter Barnland. Hm. Na, wie komm ich hier wieder raus? Das ist ne gute Frage. Ich glaub so. Gut. Ähm. Und dann fehlt uns noch... Ähm. Soll das die Hollow Bastion sein? Das ist doch nicht die Hollow Bastion, ne? Ach doch, das ist Hollow Bastion mit Sicherheit. Nein! Was? Das ist der 100 Morgenwald. Ach du meine Güte, was geht denn jetzt ab? Den hab ich ja noch gar nicht durchgemacht. Wir haben übrigens einen Speicherpunkt. Wie kommt der denn hier hin? Äh. Das wundert mich jetzt ein klitzeklein wenig, Leute. Ich werd mal eben auf Platz 3 speichern. End of the World. Immer noch. Hm. Komisch. Weltenkratzer. Karzer. Wie soll denn... Ach egal. Ich frag gar nicht eher. Weltenkarzer. Mhm. Interessant. Wird immer noch gespeichert. Ja, wird ja irgendwann ein bisschen schneller. So. Äh. Ja, wie kommen wir denn hier wieder raus? Ach, okay. Einfach, äh, rauslaufen. So. Das war der 100 Morgenwald. Dann geht's jetzt weiter mit... Monstro oder Hollow Bastion. Und es ist... Es ist die Hollow Bastion, liebe Leute. So. Ich glaub, da haben wir den ersten Sturm gezahlt. Von dem brauch ich neun Stück. So. Moment mal. Direkt mal einen Strich machen, damit ich das hier nicht vergesse. So. Ähm. Ja. Ja. Na komm. Erweck. Da kommen wir nicht durch. Da kommen wir auch nicht durch. Das heißt, wir kommen... Wir müssen wieder raus. Und das ist der Ort, wo ich glaub ich öfters hin will. Muss tun. Muss. Soll tun. Ja. Ja. Warum mal. Aber vorher... Hä? 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 Wieso geht's hier nicht weiter? Ach, hier geht's so wohl rein. Na ganz kurz. Was war das denn? Tor öffnen. Final LX hier. Oh, ihr herzlosen Kinder der Dunkelheit, die euch gebaren. Die Welt sollt ihr mit euren tiefen Schmerzen überziehen. Erscheinen soll es. Das Herz der wahren Welt vereinen sollt ihr alle Herzen. Ein Herz. Alle Herzen. Alle Herzen. Ein Herz. Kingdom Hearts. Das Königreich der Herzen. Das Herz aller Herzen. Die Geburtsstätte der Dunkelheit. Die Dunkelheit ruft euch, ihr Kinder der Schatten. Ersticken soll das Licht an euch. Doch nur für reine Herzen öffnet sich die Pforte des Königreichs. Sieben solcher von dunklen, unberührter Herzen. Sieben Schlüssellöcher und zwei Schlüssel öffnen jene Pforte in die Dunkelheit. Die Pforten, die dem Licht Einhalt gebieten. Dem lichten Herz bleiben sie auf ewig verschlossen. Dem dunklen Herz sei die Heimkehr erlaubt. Oh, ihr Kinder der Dunkelheit. Bis die Zeit gekommen ist, seid gierig auf jedes Herz, das ihr findet. Und damit kommen wieder neue von den Viechern hier. Komm her. So. Ja, mach was du willst hier. Und damit haben wir zwei Portale zur Auswahl. Einmal das da und einmal das hier oben. Ich glaube erst mal das hier oben, glaube ich. Vor allem, weil ich da nicht rein kann. Hm. 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 Ich kann mir jetzt wieder zurück. Ja, wir können sowieso zurück, aber das bringt uns ja nichts, wenn uns ja nichts. Was ist mit dem da oben? Oh, komm mal hin. Oh, komm mal hin. Hier ist keins. Feuer! Verstehe ich nicht. Ey, Leute, ich bin mir dessen nicht ganz klar, muss ich sagen. Aber das hier nämlich nicht weitergeht. Jetzt geht's weiter. Okay. Interessant. Ach du Scheiße. Du willst mir nicht erzählen, dass jetzt Bossfight kommt. Das kann nicht sein. Nee, 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 nee. Kann jetzt kein Bossfight kommt. Was?! Das kannst du nicht bringen. Ist nicht euer Ernst. Ein Bossfight ist nicht euer Ernst. Äh. Ich versuch's mal wie bei Ursula. In den Nacken reinhauen. Naja. Äh. Also bis jetzt. Hab ich. Nicht wirklich Probleme. Könnte man sagen. Ich nimm's zurück. Ein Schwachmacht, alter. Naja, ich würd das jetzt nicht so einfach so richtig groß zu sehen. Ich seh nichts. Jetzt spürt mich in der Fliege um den Kopf. Na komm. Komm, komm, komm. Komm her. Nein. Oh. Halt mich. Oh, jetzt nervt die Fliege mich hier. Ja, nein. Jetzt hör auf mit dem Feuerbällen hier. Was soll der Scheiß? Ich brauch dich nur noch einmal treffen. Ja, bitte. Geht doch. Und was jetzt? Boah, diese Fliege, ey. Verzieh dich. So, Fliegenkart schlägt bereit. Äh, Paraglider. Hä, was? Ich hab grad nicht aufgepasst, weil die Fliege mich ablenkt. Okay. Ey, du Fliege. Entschuldigung, Leute. Äh, die Fliege nervt mich grad so ein bisschen. Verrecke. Scheiß Fliege. Meine Güte. Okay, ähm. Auf jeden Fall geht's weiter. Ja, Ausrüstung. Mann! Ja, Leute. Ich bin hier, äh. Fliegenhasser hier. Ähm. So, Moment mal eben. Ich versteh das grad alles nicht so ganz. So, Moment mal eben. 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 Untertitelung des ZDF, 2020